Ja, hallo meine Freunde, der Sonne weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen. Und, ähm, ja, es steht halt wirklich hier, wir gucken uns Walking Dead auf Drogen an. Alle, die, ähm, das Video um 16 Uhr geguckt haben, wissen, was da, ähm, vorgefallen ist, also wie krass das Video war. Und, ähm, das wird, glaube ich, genauso bescheuert. Denke ich jetzt einfach mal. Wir gucken mal rein. Oh, oajajaja, ja, ja, ja. Dicke, gade, Stiegel. Bitte was? Quinte, kiki. Ihr solltet Wörter benutzen. Ich sage jetzt hi zu dem Typen mit dem Messer. Hi. Meulen sind der Grund, warum sich Leute mit Haaren keine Glatze wachsen lassen können. Was? Ey, wie geht die Woh, Baby? Warte, was? Hey, alles klar. Oh, Gott, wieso? Was hab ich dir getan? Oh, Gott, wieso tust du dir das an? Mr. Kartoffelkopf, schlägt mir gern in die Fresse. Du hast den Sticker vollkommen falsch aufgeklebt. Okay, meinst du das jetzt gerade ernst? Ja, ich bin nämlich bei der Kleppolizei. Ich glaube, sowas gibt es nicht. Kleppolizei? Sowas gibt es in Wirklichkeit, glaube ich, nicht. Entschuldigen Sie, wo lang du gehst zum Bahnhof? Au, au, aua. Hey, du hast mich gerade storken. Wo ist mein Apfel? In meinem Bauch. Das war mein Apfel. Hey, komm, er hat die Namen gefunden. Du gehst also einfach rum und frisst fremde Äpfel. Nein, 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 hey, hör zu. Ich habe diese eine Sache, die Delfine haben, und das ist der Entdeckungssinn. Delfine? Delfine? Was laberst du jetzt von Delfinen? Nein, Mann, komm schon. Geh weg, ich bin hungrig und er hat meinen Apfel gegessen und redet jetzt über Delfine, obwohl es ja eigentlich um Äpfel geht. Okay, hab's verstanden, Mann. Ein Delfin ist was anderes als ein Apfel. Ja, und außerdem sind Äpfel auch nicht besonders gesund für Delfine, also... Was hat ein scheiß Delfin mit einem Apfel zu tun? Ich sing dir mal was vor. Ich liebe süße Bohnen. Mmm, girl. Ich hab'n Freund namens Trust. Ahu, was geht? Ciao, bis ich komme, Memo. Kannst du auch normal reden? Hey, Mädels, wollen die ganz spielen? Oh, scheiße, was? Oh, scheiße. Boah, krass, ey. Da hat die Guts ein bisschen zu viel geraucht. Boah, ich finde das immer zu schlimm. Also, ne, ich rauche ja selber, ne. Davon abgesehen, Rauchen ist ungesund. Mit Rauchen fang gar nicht erst an mit Rauchen. Aber bei Kerlen, wenn die so eine Raucherstimme bekommen, ist es ja irgendwie noch okay. Aber, ähm, ich kenne so ein, zwei, die sind halt schon sehr alt. Also, was heißt sehr alt, aber, ne, also, die 50. Und, ähm, wenn man sich mit denen unterhält, so, ist es immer so krass. Weil, die haben so eine, so eine tiefe Raucherstimme. So, hallo, und wie war seine Rauche so? Das finde ich halt immer so mega krass, ey. Ah, schön. Aber mit so einer Stimme kann man, kann man voll geil hier abends auf den Deton stehen und Ich werde Deutschland beschützen. In of Batman machen, ne? Ist auch nicht schlecht. Habe ich einmal meine Brille nicht an? Ich muss euch was sagen, Leute. Ich mag keine Tür klingeln. Und ich will einen Smoothie. Wann? Jetzt! Ich mach dir einen. Halt die Fresse. Warte, was? Dieser Typ wird mir einen machen. Yeah! Ah, 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 ich mach nen Smoothie für ihn. Ich kannte nem Jungen im Schlafgeil seine Zunge ab. Labüder, der der... Was? Ja, ich muss echt sagen, es hat mir mega gefallen. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. So gestört. Einfach nur so gestört. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.